Alle 10 Minuten wird dein Kind schlecht trainiert. Aber du, du bist der oder diejenige, die das ändern kann. Du hast vielleicht sogar das richtige Trainingskonzept für Pubertät, Schulwechsel, Großfeld, Freunde und Freundinnen oder ganz, ganz andere Erfahrungen. Für dich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um auf Teamgeist umzustellen? Schluss mit Kleinfeld, das hast du jahrelang trainiert. Komm zu uns und werde endlich Großfeldtrainer. Du fängst nämlich bei uns nicht bei Null an. Du kannst vertrauen auf deine neuen Trainerkollegen. Egal wie alt du bist oder wie viel Erfahrung du hast, Askaner Köpenick ist jetzt dein Match. Klick auf den Link in der Beschreibung und melde dich bei uns. Wir sehen uns.